Wir sind stolz, als Deutsche Dermatologische Gesellschaft im Jahr 2021 so hochkarätige Bewerber für den Oscar-Ganz-Preis erhalten zu haben. Dies zeigt die wissenschaftliche Dichte in unserem Fach und unterstreicht noch einmal die große Leistung der diesjährigen Preisträger, sich in einem hochkarätigen Feld behauptet zu haben. Somit darf ich im Namen des Kuratoriums des Oscar-Ganz-Preises Herrn Professor Dr. Jan Nikolai ganz herzlich zum Hauptpreis gratulieren. Hallo, ich heiße Jan Nikolai und arbeite an der Universitätsmedizin Mannheim als Universitätsprofessor und leitender Oberarzt. In der Dermatologischen Forschung engagiere ich mich grundlagenwissenschaftlich und auch klinisch seit 2009. Mein Forschungsthema sind die cutanen Lymphome. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankungsgruppe von Krebserkrankungen, die zusätzlich hohe Rezidiv- und Komplikationsraten aufweisen. Deshalb müssen wir für unsere Patienten neue, effektivere Therapiekombinationen entwickeln und genau darauf zielt meine Forschung ab. Es ist mir deshalb eine große Ehre, den Oscar-Ganz-Preis 2021 zu erhalten. Ich danke dem Kuratorium für diese tolle Würdigung meines Projektes mit diesem Preis sowie natürlich meinen Wegbegleitern, ohne die das auch nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Zu den drei Förderpreisen möchten das Kuratorium und ich, Frau Prof. Dr. Dagmar Kulms, gratulieren und insbesondere auch zu ihrer Arbeit über Caspase 8 bei der Tumorprogression sowie ihrer kontinuierlichen, hochwertigen wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der Dermato-Onkologie. Frau Privatdozentin Dr. Caroline Bosch-Voskens hat eine translational bedeutende Arbeit zur Kryopräservation von natürlichen Killerzellen vorgelegt, die das Kuratorium beeindruckt hat, auch da sie aus einem klinischen Setting heraus entstanden und für die Therapie potenziell von Bedeutung ist. Herr Dr. Dr. Alpaslan Tastogan hat mit einer herausragenden Arbeit in Nature zur Rolle des Metabolismus für das Melanom, das Kuratorium überzeugt, dass hier ein junger, aufstrebender Wissenschaftler und Kliniker mit diesem Preis Förderung verdient hat. Ganz herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern des Oskar-Ganz-Preises. Dr. Alpaslan Tastogan